Jeder kennt es, man hat ein Video geschnitten und weiß nicht, wie man es exportieren soll. Dann gibt es verschiedene Formate und Codecs und alles wird anders komprimiert. Aber was heißt das alles eigentlich? Ich zeige euch die wichtigsten Formate und Codecs, die ihr benutzen könnt. Das Dateiformat legt fest, wie die innere Struktur einer Datei aussehen muss. In der Regel werden Dateiformate innerhalb eines Betriebssystems bestimmten Anwendungen zugeordnet, die in der Lage sind, die darin abgelegten Informationen zu interpretieren. MP4 und MOV sind die häufigsten Videoformate, die man wegen ihrer hohen Kompatibilität antreffen wird. Im MP4-Dateien können multimediale Inhalte in Form von mehreren Audio- und Videospuren sowie Untertitel, 2D- und 3D-Grafiken abgespeichert werden. Diese Inhalte lassen sich dann mithilfe geeigneter Software abspielen oder über ein Netzwerk streamen. Das MOV-Dateiformat ist ähnlich wie ein MP4, ein Quick-Time-Format. Quick-Time-Formate können die MPEG-4-Codierung nutzen, damit es sowohl auf dem Quick-Time-Player von Apple und auf dem Windows-Media-Player abgespielt werden kann. MP4-Dateien sind normalerweise stärker komprimiert und kleiner. MOV-Dateien hingegen haben häufig eine höhere Qualität und sind größer. MOV-Dateien eignen sich für Videobearbeitung auf einem Mac besser, da sie speziell für Quick-Time entwickelt wurden. RAW ist ein unkomprimiertes Videoformat. Hierbei werden die Rohdaten, die der Sensor ausliest, unkomprimiert in einem je nach Kamerahersteller eigenen Container verschoben. Wie auch in dem RAW-Datenformat in der Fotografie ist das RAW-Format beim Filmen sehr viel datenintensiver. Damit ein Datenformat eine Datei überhaupt komprimieren kann, muss es von einem Codec Gebrauch machen. Ein Codec oder Codira-Decoder ist eine Formel oder ein mathematisches Verfahren zur Komprimierung von Videos. In der MP4-Familie gibt es zum Beispiel den H.264-Codec. Dieser ist für seine hohe Qualität bei einer kleinen Datenmenge beliebt. Er wurde mit der Aufgabe entwickelt, sowohl von mobilen Geräten als auch vom Fernseher ohne Probleme verwendet werden zu können. Einer der gängigsten Codecs zum Abspielen von Videos auf dem Fernseher ist MPEG-2. Für DVDs und TV-Sendungen ist er der am häufigsten verwendete. Gelegentlich findet sich MPEG-2 aber auch auf Blu-ray wieder. Die verbreitetsten Codecs für Videos im Internet sind MP4 und H.264. MP4 ist hier nicht das Format, sondern eine Art der Codierung. Diese sind hocheffizient und eignen sich daher auch für die Aufnahme der Videos. Der Codec HEVC oder H.265 ist der Nachfolger des H.264-Codecs. Bei gleicher Datengröße liefert HEVC eine viel höhere Bildqualität als H.264. Deshalb braucht HEVC aber auch eine höhere Rechenleistung als sein Vorgänger. Manche Dateiformate können verschiedene Codecs benutzen und verwenden dabei sogenannte Container. Diese Formate nennt man dann auch Containerformate. Ein Containerformat legt in der Informationstechnik eine Datenstruktur fest, mit der einzelne Datenströme eventuell verschiedener Formate zu einem Datenstrom zusammengeführt werden. So kann man Speicherplatz sparen, verliert aber an Qualität. Dieses Verfahren nennt man auch Datenkomprimierung. Bei der Datenkomprimierung verwendet ein Algorithmus ein Wörterbuch, welches ihm ermöglicht, eine große Bitfolge in eine kleinere umzuwandeln. Wenn Informationen über das Internet gesendet oder empfangen werden, können größere Dateien entweder einzeln oder zusammen mit anderen als Teil einer Archivdatei in einem ZIP, GZIP oder anderen komprimierten Format übertragen werden. Das waren die wichtigsten Formate und Codecs, die ihr braucht. Von jetzt an wird es euch sicher leichter fallen, das nächste Projekt effizient zu exportieren.